Hier auf der Lexpresso bringen wir alle zusammen, die Unternehmen erfolgreich machen. Denn gemeinsam, also wir alle gemeinsam, halten Selbstständigen und Kleinunternehmen den Rücken frei. Und wie das mit dem Rückenfreihalten in der Praxis so funktioniert, das erleben Sie jetzt im nächsten Slot, für den ich Ihnen sehr gerne Jan Knopp vorstellen möchte. Er ist Geschäftsführer der Altholzgarage in Baling am Kaiserstuhl. Seit 2017 produziert und vermietet er mit seinem Team Tische, Schiebetüren, Wohnaccessoires und Wandverkleidung aus alten regionalen Scheunen und Bauholz. LexOffice schätzt er nicht nur als Geschäftsführer aus Unternehmerperspektive für strategische Geschäftsentscheidungen, sondern auch, weil er darüber hinaus die Zusammenarbeit mit seinen MitarbeiterInnen und auch mit seinen Kundinnen koordinieren kann. Also jetzt für Sie Jan Knopp. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Für mich ist es eine Riesenehre, hier sein zu dürfen. Und ich habe mich total gefreut, als LexOffice auf mich zugekommen ist und gesagt hat, Mensch Jan, kannst du uns nicht mal einen Einblick geben aus deiner Perspektive als Unternehmer? Was ist für dich wichtig? Was sind für dich so die Highlights, die LexOffice für dich bietet? Und was macht es für dich dann nachher dazu, dass du so innovativ mit dem System arbeiten kannst? Da habe ich gesagt, selbstverständlich gerne. Fahre ich hier nach Köln und versuche da verschiedene Betrachtungspunkte einfach zu zeigen, wie ich LexOffice nutze in meinem Alltag. Ich habe das ein bisschen aufgeteilt eben in drei Punkte. Das heißt einmal die Perspektive von mir, sprich wie nutze ich als Unternehmer LexOffice und was sind meine Highlights, auf die ich da besonders Wert lege. Genauso natürlich die Kommunikation mit meinen Mitarbeitern, also intern. Wie kann ich intern, wir haben es gerade schon gehört, zum Beispiel Stichwort Kundenmanager, kommunizieren über LexOffice. Und natürlich auch wichtig extern, wie kann ich mit dem Kunden, also aus LexOffice raus, kommunizieren. Wir fangen selbstverständlich mit dem ersten Punkt an und da kommen eben so meine Highlights. Das heißt, wie gehe ich da eigentlich vor, also welche Wege gehe ich in LexOffice und was sind die Punkte, wo ich sage, da gucke ich drauf und da hilft mir LexOffice ganz besonders, mein Unternehmen zu führen und vor allen Dingen im Blick zu haben. Ich habe mir mitgebracht das Dashboard. So steigt man hier ein, wir haben es vorhin schon mal kurz gesehen und es sieht ganz schön aus. Man hat einen ganz klaren Überblick und das ist auch immer der erste Punkt, wo ich natürlich einsteige und sage, okay, auch hier schaffe ich mir einen Überblick über mein Unternehmen. Man kann hier rechts einsteigen und kann sagen, Mensch, eine schöne bunte Grafik ist da, ich sehe da rote und grüne Linien, sehe Einnahmen, Ausgaben, das ist ganz schön, auch wichtig, ist aber tatsächlich nicht mein erster Blick hier. Ich gucke hier oben links, ja, die Bank, natürlich, meine Liquidität. Bei mir sieht es ein bisschen anders aus, ich habe hier nicht nur eine Position stehen, sondern bei mir stehen hier mehrere. Ich habe noch meine Kreditkarte da sichtbar, mein Paypal-Konto und sehe aber auch immer die Summe aus allen Konten. Also ich sehe immer ganz genau, was ist meine Liquidität, auf welchem Konto ist was, war es los und war es unterwegs. Das Ganze steht natürlich im Verhältnis zu dem wunderschönen Kasten hier unten drunter und dahin schweift mein Blick direkt danach. Also ich schaue, was ist hier in meinem Zukunftsfenster unterwegs. Ich habe hier oben die offenen Einnahmen, das heißt, was habe ich zu erwarten, was ich noch bekomme. Ich sehe genauso auf einen Blick, wie viele davon sind überfällig, kann hier mit einem Klick reingehen und kann sagen, okay, wer genau ist das und warum. Gehe ich nachher noch mal ein bisschen spezieller darauf ein, auf dieses Warum. Gucke weiter Ausgaben und sehe, okay, was geht da noch raus und brauche jetzt nicht meinen Kopf anstrengen und muss sagen, oh, Einnahmen minus Ausgaben oder andersrum. Ja, sondern auch einen Klick und dann kriege ich das präsentiert. Ja, also ich sehe, was ist die Differenz dazwischen und wenn da unten eine grüne Zahl steht, ist es ganz gut, glaube ich. Was hier gar nicht abgebildet ist und was für mich die Zukunftsperspektive überhaupt ist, beziehungsweise was auch ein wichtiger Blick für mich ist, sind die offenen Angebote. Da sehe ich mein Potenzial. Das heißt, LexOffice stellt hier unglaublich clever dar, wie viele Angebote sind unterwegs und vor allen Dingen in welcher Summe. Das heißt, ich sehe hier, was muss ich tun, dass ich hier nach oben fülle, von unten nach oben fülle. Das heißt, ich kann rausgehen, kann die Angebote angreifen und kann gucken, dass ich diese Summe, die nachher da steht, die ja draußen unterwegs ist, die bei meinen Kunden auf dem Schreibtisch liegt, wo ich eigentlich nur noch ein kleines Ja, machen wir, brauche, sehe ich hier auf den ersten Blick. Die Umsatzsteuer in der Mitte ist natürlich auch immer interessant, einen Blick drauf zu werfen, aber ist nicht so mein Fokus. Genau, Blick in die Zukunft auf dem linken Fenster, ich muss gerade mal kurz ein bisschen gucken. Was für mich nämlich noch ein Riesenhighlight ist, ist, dass ich das Ganze auch von überall machen kann. Das heißt, LexOffice bietet mir das genauso als App an, sprich, ich kann auf meinem iPad, auf meinem Handy von immer, also immer und überall zugreifen und kann sagen, wo stehe ich gerade hier mit meinem Unternehmen. Und das ist tatsächlich die Version, die ich am meisten nutze. Das heißt, am Desktop selbstverständlich, wenn ich im Büro sitze, aber überwiegend so, dass ich sage, ich nehme mein Handy raus, ich bin heute in Köln, kann trotzdem gucken, wie sieht es aus, was passiert, was machen meine Mitarbeiter, was macht meine Buchhaltung, was macht mein Vertrieb. Und so bin ich eigentlich von überall aus immer vernetzt und immer auf dem aktuellen Stand, was passiert mit meinen Kunden. Von hier aus geht man natürlich weiter in die verschiedenen Untermenüs. Und auch da nehme ich Sie gerne mit, wie ich da vorgehe und wo ich mich da bewege. Wenn man zum Beispiel über Belege geht, kommt man ganz schnell in diesen Bereich. In meinen zweiten Punkt ist die Kommunikation mit den Mitarbeitern. Das heißt, wie kommunizieren wir intern, fehlerfrei, möglichst fehlerfrei nach außen. Sprich, dass wir alle auf einem Stand sind. Das ist mein Team, es sind 15 Mitarbeiter und umso größer das Team wird, umso wichtiger ist es natürlich, da intern zu kommunizieren und zu schauen, dass wir alle einen Status Quo haben. Da ruft zum Beispiel ein Kunde an und dann kann es nicht sein, dass Mitarbeiter A, mit dem ich gestern telefoniert habe, Mitarbeiter B, nicht weiß, was Mitarbeiter A gestern gesprochen hat. Und es ist mir persönlich total wichtig, da nach außen richtig zu kommunizieren und so ein kleines CRM eben aufzubauen. Und da geht es dann eben weiter in den besagten Kundenmanager. Und der Kundenmanager, also ich nutze LexOffice jetzt seit fünf Jahren. Meine Firma, die Altholzgarage, die gibt es seit fünf Jahren, also so wirklich ab Sekunde eins. Und in der Zeit ist wahnsinnig viel passiert. Und als der Kundenmanager gekommen ist, war das für mich so ein, ja, endlich. Das war genau das, was ich gebraucht habe, wo ich gesagt habe, Kommunikation ist mir so wichtig. Also ich komme auch aus dem Vertrieb, das heißt, ich bin das gewöhnt. Und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, yes, jetzt geht es ab. Und das sind die zwei Ansichten, die ich vorhin schon mal angesprochen habe. Das heißt, wir sehen hier einmal die Ansicht, die mobile Ansicht auf dem iPad und auf einem, man muss es fairerweise sagen, auf einem Tablet oder auf einem Smartphone. Und ich sehe auch hier immer und von überall alles, was ich wissen muss. Ich kann, der Kunde ruft mich an als Beispiel und sagt, Mensch, ich müsste hier zusätzlich noch, ich meine, in dem Beispiel, was hier läuft auf dem Smartphone, ist es ein Glasspiegel. Ja, der Kunde möchte zusätzlich noch einen Glasspiegel. Ich kann sagen, gar kein Problem, bleibe an meinem Handy, tippe ein und sage, Mitarbeiter XY, bitte noch hier so ein, stimmt es überhaupt, Glasspiegel bestellen für den Kunden. Und der Mitarbeiter intern, in-house, der quasi im Büro sitzt, zu Hause sitzt, der kann sofort bestellen und kann sofort loslegen. Und so sind die Prozesse natürlich enorm effizient und enorm schnell nach außen hin. Es ist bei den Projekten, die wir machen, eben gibt es tausende Beispiele in der Richtung, die ich dann nennen kann, wo man dann sagt, hey, da fehlt noch X, da fehlt noch Y. Und diese schnelle Kommunikation, die ich da über die App mache, die ist absoluter Wahnsinn. Ich gehe aber nachher nochmal auf die Kommunikation in Richtung Kunden ein. Da gibt es ganz, ganz viele Beispiele, die man dann nennen kann. Einer meiner Lieblingsbeispiele ist, ein Kunde ruft an und sagt, hey, ich komme heute aus dem Urlaub, die Rechnung habe ich jetzt gerade erst gesehen, die ist heute fällig. Und bei mir blinkt sie natürlich schon auf und das heißt, sie ist überfällig. Und dann sage ich, ich mache dir keinen Stress zu dem Kunden, bezahle ich irgendwie so in den Exen ein, zwei Tagen. Und ich kann es an dem Beleg geheftet dokumentieren. Das heißt, meine Kollegin in der Buchhaltung, die sieht, wenn sie auf dem Weg wäre, diesen Kunden zu mahnen, diesen Beleg zu mahnen, sieht die in einem Notizfeld unten rechts, ah, Moment, hier wurde telefoniert, der Jan hat da reingeschrieben, hat mit ihm telefoniert, in ein, zwei Tagen bezahlt er. Nach der Zeit darf sie natürlich Gas geben, aber auch da die Kommunikation intern, so dass wir immer auf einem Level sind und nicht parallel in dem Beispiel zum Beispiel eine Mahnung rausgeht und der Kunde sagt, ich habe dich doch gerade angerufen. Das wäre natürlich nicht so schön. Genau. Kommunikation mit dem Kunden, kleiner, in die Richtung sind wir jetzt gerade schon gegangen, das heißt, ein schneller Informationsaustausch, den ich da haben will und eben diese Falschaussagen nicht mehr. Das, was ich gerade meinte in meinem Beispiel, dass der Kunde dann trotzdem eine Mahnung kriegt, obwohl er gerade angerufen hat oder ob der, dass der mit Mitarbeiter C und nicht mit B gesprochen hat, das möchte ich nicht, also das möchte ich in meinem Unternehmen nicht und das hat dann die Freude über den Kundenmanager eben so unterstützt. Das sind Projekte, die wir machen und wie Sie sich vorstellen können, ist es da wichtig, dass man da eben kommuniziert und dass man nicht nur intern kommuniziert, sondern eben auch nach außen. Also sprich, zu dem Kunden und solche Projekte dann an Land zu holen, da fängt es ja eigentlich an. Also man geht ja los und fängt ja richtigerweise ganz oben an in der Kette mit einem Angebot, was ich in LexOffice erstelle. Und auch da habe ich mal die mobile Ansicht mitgebracht, gehe ich gleich auch noch darauf ein. Es geht los, ich schreibe das Angebot und schicke aus dem LexOffice das Angebot direkt an den Kunden. Das heißt, ich muss nicht nochmal das Angebot runterladen, abspeichern, wieder hochladen im Outlook und dann die E-Mail-Adresse raussuchen vom Kunden, sondern es sind zwei, drei Klicks, zick, zack und das Angebot ist draußen. Ans Angebot kann ich eben verschiedene Sachen anhängen, wie wir gerade eben schon gehört haben. Ich kann Bilder anhängen, ich kann die AGBs anhängen oder so und kann es auch standardisieren. Das finde ich auch total stark. Wir schicken immer noch ein aktuelles Angebot als PDF, als Anhang mit dem Angebot, mit der Auftragsbestätigung oder mit der Rechnung raus. Und damit fängt es eigentlich an und man sieht hier ganz schön in dem Bild auf dem Tablet, man kann nachher zum Kunden gehen und kann mit dem sprechen und der Kunde sagt, im besten Fall, Mensch, ich habe dein Angebot bekommen. Und dann sage ich, ja, und wie sieht es aus? Sagt er, ja, will ich unbedingt machen, natürlich. Und dann kann ich ihm mein Smartphone hinhalten und dann sagen, dann unterschreib doch bitte. Das ist natürlich überspitzt gesprochen, so mache ich es nicht immer, nur jedes zweite Mal. Aber es ist wahnsinnig einfach, man ist total rechtskonform. Das war mir auch wichtig, dass ich da einen Partner an meiner Seite habe, wo ich sage, Mensch, ich muss mir da drum keine Gedanken machen. Und diese Kombination eben aus der aktuellen Techniklage und auch, dass man da unterwegs total aktiv sein kann, ist natürlich total easy für mich. Ich kann auch, ein Kunde ruft mich an und sagt, eben, mir fehlt da, mir fehlt da die Auftragsbestätigung, habe ich noch nicht gekriegt. Ich sage, ja, habe ich dir aber doch geschickt per E-Mail. Ja, nee, ich brauche die jetzt und hier, was weiß ich, keine Ahnung, kein Problem. Ich schicke die raus, kann das teilen im LexOffice und schicke die per WhatsApp, wenn ich will. Und so ist es mega einfach für mich, schnell Sachen zu erledigen, die vor allen Dingen nachher aus meinem Kopf draußen sind. Und darum geht es ja dann letztendlich. Also ich habe keinen Bock, mich lange damit zu beschäftigen. Da gibt es wichtigere Dinge in meiner Position, wo ich sagen muss, hey, da möchte ich Zeit investieren. Aber in solchen Sachen nicht. Und da kann man schnell einfach kommunizieren und kann sich da wahnsinnig gut unterstützen lassen von LexOffice. Und eben, ich kann da abschließend eigentlich nur zu sagen, wie bin ich auf LexOffice gekommen? Ich habe es schon mal ein bisschen angeteasert. Und das war eigentlich so der Grund. Also ich habe angefangen, meine Altholzgeschichten in meiner Garage zu basteln. Und habe dann irgendwann gesagt, ich melde ein Gewerbe an. Irgendjemand hat mich gefragt, du müsstest mir eine Rechnung dafür schreiben. Und ich habe gesagt, mache ich gerne. Und hatte aber keine Lust, mich eigentlich um alles andere zu kümmern. Und ich glaube, so geht es vielen, die gerade frisch starten. Die haben Lust, ihr Ding zu machen. Jetzt ist es soweit. Jetzt wage ich den Schritt und mache mich selbstständig. Und dann kommt erst mal so diese Geschichte, dass man sagt, jetzt muss ich mich um den Papierkrieg noch hinten rum kümmern. Und das war bei mir genauso. Und dann habe ich mich auf die Suche begeben und habe gesagt, ich brauche etwas Intuitives. Ich brauche etwas, was schnell geht, was einfach geht, wo ich nicht für studieren muss. Und so bin ich auf LexOffice gekommen und habe mich dafür entschieden. Und mein Lieblingsbeispiel in den vergangenen Jahren, seit ich LexOffice nutze, ist diese Mehrwertsteuerumstellung gewesen, die wir erst hatten. Und das war genau das. Ich wäre wahrscheinlich eingegangen, wenn ich da nicht irgendwie ein Tool hatte oder gehabt hätte, wo ich nicht sagen würde, ich kann mich da völlig drauf verlassen. Und da war es genau so. Die Mehrwertsteuerumstellung kam. Bei uns ist es normal, dass wir Anzahlungen verlangen. Das heißt, wir haben eine Anzahlung rausgegeben mit 19 Prozent. Dann haben wir das Projekt abgewickelt, machen die Schlussrechnung mit 16. Das war total blöd. Und ich habe aber, ich habe dann, ich habe, glaube, einmal geschrieben an LexOffice und habe gesagt, was macht ihr da? Und ich habe gesagt, entspann dich, wir sind dran, wir machen das und so. Und genau so habe ich dann gemacht, ich habe mich entspannt und habe mich da auf meinen Partner LexOffice verlassen. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz passendes Beispiel, warum man da echt gut bedient ist mit LexOffice und bin da aus meiner Position unglaublich dankbar für. Vielen Dank. Jetzt sind wir gespannt auf Ihre Fragen. Gibt es eventuell schon direkt welche aus dem Plenum von Ihnen? Ja, sehr gerne. Hi, vielleicht ist die Frage ein bisschen unfair, weil du sie nicht beantworten kannst, aber weil eben diese Signatur die ganze Zeit lief. Die Frage, sind auch qualifizierte Signaturen mit eingebunden? Ganz unfaire Frage von dir. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber hier vorne wurde der Kopf geschüttelt gerade. Also, es ist eine Unterschrift drunter für mich, also aus meiner Perspektive. Gibt es noch weitere Fragen aus dem Plenum? Aus dem Chat erreichen uns zurzeit keine. Ja, gerne, sieht da vorne. Einen Moment noch, das Mikro ist aus dem Weg zu Ihnen. Sie haben ja gerade gesagt, dass Sie 15 Mitarbeiter haben. Haben Sie da jetzt irgendwas eingespart durch LexOffice? Dass Sie sagen, Sie brauchen jetzt nicht mehr extra eine ausgebildete Buchhalterin, die nur Buchhaltung macht? Oder Sie brauchen jetzt, ja, weiß jetzt nicht, Office-Managerin oder so? Also, machen die alle irgendwie Vertrieb? Oder sind die trotzdem noch sortiert? Oder haben Sie da irgendwie Mitarbeiter gespart mit? Ja, ja, also, was wir auf jeden Fall sparen, ist Zeit. Und das stimmt tatsächlich. Also, es ist ja, wird ja auch schon mehrfach genannt. Es ist aber tatsächlich in der Realität so. Also, auch diese Belegerfassung ist eine unglaubliche Zeitersparnis, weil es wahnsinnig schnell geht. Auch die automatische Erkennung der Belege zum Beispiel. Und diese kurzen Wege. Also, ich würde jetzt spontan, würde ich sagen, das Größte, was wir sparen, ist Zeit. Ich würde, ich würde aus, also, meine Buchhalterin ist eine halbe Woche da. Und das reicht völlig. Und das sind, ja, auch wieder ein Zeitthema letztendlich, was sich ja dann in Kosten auswirkt, klar. Sehr gerne. Frage, die fair ist, glaube ich. Wie oft sprechen Sie Ihren Steuerberater? Weil für mich sah das ziemlich smooth aus. Und ich würde sagen, so häufig müssten Sie eigentlich wahrscheinlich gar nicht mit dem sprechen. Was macht er bei Ihnen, außer vielleicht den Jahresabschluss oder die Steuererklärung? Ja, er schreibt eine Rechnung. Ja, wie oft spreche ich den? Tatsächlich wenig, ja, zweimal im Jahr. Also, ich habe, wie gesagt, eine Buchhalterin, die eine halbe Woche bei uns ist. Die spricht den Ihnen selber wahrscheinlich auch nicht so oft. Aber das läuft tatsächlich sehr smooth ab. Also, man braucht da wenig. Es ist alles vorbereitet. Wir übertragen tatsächlich nicht, Schande über mein Haupt, direkt, ja, sondern wir sind noch ein bisschen klassischer unterwegs. Aber wir bereiten alles eigentlich so weit vor, dass er eigentlich nicht mehr viel machen muss. Er guckt da noch einmal drüber. Und dann geht es von dort aus weiter. Also, es ist so, wie es wirkt. Danke. Gut, danke schön. Jetzt nähern wir uns leider auch schon dem Ende. Wir müssen leider weitermachen. Wir gehen jetzt gleich in eine Pause. Aber ich sehe schon, es ist noch ein bisschen Redebedarf da. Es gibt auch noch Fragen. Dafür steht Ihnen Jan Knopp auch noch in einer Ask Me Anything Session zur Verfügung. Und zwar um 12.10 Uhr. Und da zum einen natürlich besonders relevant, das für die Online-TeilnehmerInnen unter Ihnen. Aber natürlich auch hier vor Ort kann man Sie ja heute auch noch den ganzen Tag treffen. Insofern, glaube ich, gibt es da noch genug Gelegenheiten. Ein Hinweis jetzt zum Abschluss. Wir gehen jetzt in eine zehnminütige Pause. Das heißt ganz konkret für die Online-TeilnehmerInnen unter Ihnen, dass Sie sich in die Ask Me Anything Sessions einloggen können bei Bedarf. Sie hier vor Ort, Sie können, wenn Sie möchten, den Raum wechseln. Und dann geht es in zehn Minuten weiter mit dem Programm. Und da wünschen wir Ihnen noch ganz, ganz viel Spaß für. Bis gleich. Applaus